. Wo noch im Winter 1985 Atomraketen stationiert wurden, leben heute Seeadler. Und schlagen sich hier ihre Bäuche voll. Wo noch 1990 sowjetische Truppen den Ernstfall probten, nisten heute wieder Hopfer. Und aus verseuchten Wasseradern sind wieder klare Gewässer entstanden, in denen neue Burgherren Einzug gehalten haben. Versteckt und abgeschirmt läuft in Sachsen seit 25 Jahren eines der größten Freiland-Experimente Deutschlands. Es ist eine junge Wildnis. Das ist quasi eine Wildnis aus Menschenhand, wenn man so will. Wir übergeben der Natur ein Stück Landschaft und sagen, Natur mache, was du für richtig hast. Es ist wirklich faszinierend. Da entwickelt sich jetzt alles selbstständig. Es ist eine sehr große Fläche. Das ist wirklich spannend, dann zu sehen, wie sich das auch entwickelt im Laufe der Zeit. Es ist ein unbekanntes Land, direkt vor den Toren Dresdens. Eine Waldlandschaft bis zum Horizont, über 70 Quadratkilometer groß. Ohne Straßen, Dörfer oder Schienenwege. Die Königsbrücker Heide ist das größte Naturschutzgebiet in Sachsen. Bald soll es auch Deutschlands erstes international anerkanntes Wildnisgebiet werden. Kapitale Hirsche und die größten Beutegreifer Europas wie Wölfe oder Seeadler sind hier zu Hause. Noch vor 30 Jahren ist es völlig anders. Auf weiten Flächen der Landschaft wird fast alles Leben ausgelöscht. 100 Jahre ist die Königsbrücke Heide hermetisch abgeriegelt und ein gigantischer Übungsplatz für das Militär. Zu DDR-Zeiten ist es eines der größten Stationierungsgebiete der Sowjetarmee. 1992, nach dem Abzug der Truppen, gleicht die Königsbrücker Heide einer Wüste aus Sand und Schrott. Tausende Tonnen Kampfmittel machen ein Betreten lebensgefährlich und das Gelände zu einer menschenleeren Einöde. Genau zu diesem Zeitpunkt entwickeln sächsische Naturschützer eine Vision. Das Areal soll sich völlig selbst überlassen bleiben und sich ganz ohne menschliche Eingriffe erholen. Dirk Sinatschke ist einer der wenigen, der diesen Wandel von Beginn an miterlebt. Er ist auch dabei, als kurz nach dem Abzug der Sowjetarmee Naturschützer das erste Mal das unbekannte Terrain erkunden. Ich kann mich noch erinnern, wir wurden eingewiesen vom Kampfmitteldienst. Wir sollen das etwas locker sehen mit den Granaten auf dem Weg. Die Zünder werden alle raus, immer schön zwischen die Rädern nehmen. Ich als Fotofreund bin damals in einen großen Jeep gefahren. Ich habe nicht ein Bild von dieser Exkursion. Ich war emotional etwas ausgelastet. Auf der Königssee, kann ich mich noch erinnern, war für mich der Eindruck, wie als wenn man am Rand einer riesigen Sandgrube steht und schaut in die ausgeräumte Landschaft. Und man war natürlich voller Optimismus. Was kannst du jetzt damit machen? Hast du eine riesige Fläche frei jetzt plötzlich? Ja und als Forstmann denkt man eh in eine Richtung erforsten. Aber durch das viele an Munition war eigentlich jedem klar, ja so einfach geht das nicht. Und der Naturschutz war die tollste Lösung, die die Situation, wenn du so willst, ein historisches Geschenk war, ausnutzen konnte. Und eine Möglichkeit bot, die eigentlich in der normalen Kulturlandschaft nirgends in der Größe mehr zu organisieren war. Es ist die Geburtsstunde eines Landschaftsversuches, der in Mitteleuropa nahezu einmalig ist. Bereits wenige Jahre nach dem Abzug des Militärs übernimmt so die Natur das Kommando in der Königsbrücke Heide. Und sorgt mittlerweile für großes Staunen und reichlichen Andrang. Und ja, dann ist auch diese seltene Schlingnatter zu sehen, die also auch hier in der Königsbrücke Heide vorkommt. Die Schlingnatter ist... Steffen Pietsch ist Ranger in der Königsbrücke Heide und führt auch Besucher in einem geländefähigen Allradbus durch das ehemalige Sperrgebiet. Denn das einmalige Experiment zeigt inzwischen seine ersten Ergebnisse. Mittlerweile ist die Königsbrücke Heide das zwölftgrößte Naturschutzgebiet in Deutschland. Es liegt 30 Kilometer nördlich der sächsischen Landeshauptstadt, unweit der A13 und unterscheidet sich nicht nur in seiner Größe von anderen Schutzgebieten. Etwas Besonderes ist sein innerer Kern, die Naturentwicklungszone. Auf einer Fläche, so groß wie etwa 5000 Fußballfelder, können sich hier Tiere, Pflanzen und Lebensräume völlig frei entfalten. Der Mensch greift weder ein, noch stört er durch seine Anwesenheit. Deshalb ist in der Kernzone der Königsbrücke Heide bis heute das Betreten verboten. Und gerade deshalb mausert sich die Landschaft auch zu einem Märchen aus Tausend und einem Biotop. Nur auf schaufensterähnlich angelegten Rundwegen und Besuchepfaden können Touristen den Wandel der Militärbasis zur Wildnis miterleben. Ein Highlight dabei ist die Hirschbrunft im September, die man hier noch live und hautnah beobachten kann. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel Hirsch sind, dass man es so gut hört. Ich war ein bisschen skeptisch, aber es funktioniert ganz gut. Und wir selber waren schon hier viel und haben das jetzt unseren Freunden geschenkt als Geburtstag und deshalb sind wir heute zu viert hier. Also ich bin wahrscheinlich der, der am weitesten kommt. Also ich bin aus Kanada, aber ich wohne schon 20 Jahre hier und ich habe ein kleines Ferienhaus im Erzgebirge. Und ich bin in Tschechien sehr, sehr oft, aber dort in der Berufszeit ist Jagdzeit und dann darf man sie nicht sehen. Und deshalb dachte ich, vielleicht kann ich heute hier was sehen. Also ich habe jetzt kurz drei Stück noch gesehen, aber ganz kurz. Marc Lalonde fühlt sich hier fast wie in seiner Heimat, in den wilden Wäldern Kanadas. Und das mitten in Deutschland. Unendliche Weiten und eine atemberaubende Stille, die nur vom Brunnen der liebeshungrigen Rothirsche unterbrochen wird. So große und unzerschnittene Landschaftsräume lassen sich im dicht besiedelten Mitteleuropa kaum noch finden. Selbst viele Nationalparks erreichen nicht diese gewaltigen Größen von mehr als 50 Quadratkilometern freier Naturentwicklung. Doch es ist nicht nur ihre Größe, die die Königsbrücke Heide so einmalig macht. Es ist vor allem die enge Verzahnung unterschiedlichster Biotope. Steppenähnliche Dünenzüge liegen hier neben Feuchtgebieten. Und trockene Heiden grenzen direkt an kristallklare Gewässer. Sie schaffen ein Landschaftsbild, das nicht nur Besucher verzaubert, sondern auch Wissenschaftler staunen lässt. Da löst das etwas aus, was ich bis jetzt in Mitteleuropa eigentlich noch nicht gesehen habe. Ein Bild, wie sie es in dieser Form in Litauen, Lettland, in Weißrussland, in der Umgebung von St. Petersburg überall finden. Aber für Mitteleuropa ist das einmalig. Einmalig ist für ihn vor allem die Vegetation der Gegensätze, die hier zu finden ist. Professor Werner Hempel war einer der bedeutendsten Botaniker Mitteleuropas. Als er 2010, wenige Jahre vor seinem Tod, die Königsbrücker Heide bereist, entdeckt er hier nicht nur eine sensationelle Pflanzenvielfalt, sondern auch Arten aus Ost-, West- und Mitteleuropa. Aus der Taiga in Russland, aus der Extremadura in Spanien oder aus den nordischen Wäldern Finnlands. Und das an einem einzigen Ort. In dieser Dreierkombination gibt es kein Beispiel in ganz Deutschland oder Mitteleuropa, was entsprechen würde oder vergleichbar wäre. Das entspricht der Frühwaldvegetation, die ungefähr so vor 5.000 bis 6.000 Jahren hier von Natur aus geherrscht hat. Danach ändert sich das. Im Zuge der Völkerwanderung dringen Siedler in die Landschaft. Wälder werden gerodet und Sümpfe trockengelegt. Im Mittelalter entstehen erste Dörfer, Bora, Rona oder Krakau. Doch das Leben in der Heide ist hart, denn die Böden sind äußerst mager. Die Menschen leben vor allem von dem, was die Natur hergibt. Besonders der große Bedarf an Holz für Ziegeleien oder Holzkohle lässt den Wald im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch aufgehen. Aufgrund des schlechten Bodens bleiben die Heidedörfer stets ein wirtschaftlich schwieriger Fall. Das ändert sich Ende des 19. Jahrhunderts schlagartig. Der sächsische König sucht Land für einen Truppenübungsplatz. Die günstige Lage unweit von Dresden und die Armut in den Heidedörfern lassen die Wahl schnell auf die Königsbrücker Heide fallen. Ab 1907 werden so Wald- und Heideflächen zum Truppenübungsplatz umgebaut. Es ist der Beginn eines tief einschneidenden und jahrzehntelangen Wandels der Königsbrücker Heide. 1935 übernimmt die Wehrmacht das Gelände und baut es weiter aus. Auf 7500 Hektar. Immer tiefer schießt man in die Heide. Doch darunter leidet nicht nur die Natur. Auch hunderte Menschen verlieren ihre Heimat, so wie Ursula Richter. Sie ist in Rona, einem kleinen Dorf in der Königsbrücker Heide, aufgewachsen. Mit zwölf Jahren muss sie mit ihren Eltern alles stehen und liegen lassen. Das kann man gar nicht beschreiben. Es ging eben fort von der alten Heimat. Und es waren schon viele weg. Und die, die schon eher weg konnten, zogen immer so nach und nach ab. Wir sind nicht insgesamt alle gleich weggezogen. Ein Möbelwagen und ein Viehwagen, das Vieh drauf und weg. Ursula Richter ist eine der Letzten, die im März 1938 die Königsbrücker Heide verlässt. Etwa 500 Menschen werden so zwangsumgesiedelt. Danach übernimmt das Militär das Kommando in den Dörfern. Die Gebäude werden als Mannschaftsräume, Büros oder Truppenlager genutzt. Straßen werden in den Wald geschlagen und es entstehen auch ganz neue Kasernenkomplexe. Und aus einigen von ihnen sind nun auch ganz exotische Klänge zu hören. In Königsbrück gibt es Wehrmachtssoldaten mit Turban. Ab 1941 wird hier die Legion Freies Indien aufgestellt. Kopf der 3000 Mann starken Truppe ist der indische Nationalistenführer Subhash Chandra Bose. Mit Unterstützung Hitlers plant er in Deutschland eine Eliteeinheit aufzubauen, um später Indien von der britischen Kolonialmacht zu befreien. Die waren hier, die haben hier geübt. Wir hatten sie mal draußen im Wald, da waren noch Pioniere, die mussten noch einen Baum umsehen lernen. Und wir hatten ja auch mit denen bloß Plätzchen im Kopf und haben mit denen Ringkämpfe gemacht. Fritz Ruhland kommt 1941, im gleichen Jahr wie die indischen Legionäre, als Revierförster in die Königsbrücker Heide. Für seinen heutigen Nachfolger, Kai Krumbiegel, sind die Kenntnisse des 94-Jährigen ein kostbarer Schatz. Denn wie kaum ein anderer hat Fritz Ruhland den Wandel der Heide hautnah miterlebt und kennt den Wald noch so, wie er einmal ursprünglich war. Ja, da waren auch schöne, schöne Fichtenbestände hier hinten. Da ist alles weg, da ist alles verschwunden. Verschwunden sind auch die letzten Bestände des Birkwildes. Jedes Frühjahr balzten und tanzten die scheuen Raufußhühner durch die Heide. Mittlerweile sind sie in Sachsen fast ausgestorben. Vermutlich die letzten Birkhähne wurden 1943 hier geschossen. Fritz Ruhland musste als Revierförster dafür die Vorbereitungen treffen. Denn nicht nur das Militär drängt die Natur von Jahr zu Jahr mehr zurück. Der Truppenübungsplatz ist zugleich auch ein beliebtes Jagdgebiet für Offiziere aus Dresden. Und da haben wir müssen dann für den General Olbricht hier einen Kanzel bauen hier. Und er wollte unbedingt mal einen Birkhahn schießen hier. Und da mussten wir dann für einen Schirm bauen, dass er sich konnte rein. Und wir durften auch ins Haus, in das Haus von Otterschütz vom Weiden gucken, wo er dann einen Hahn geschossen hat. Seitdem der Wind des Nationalsozialismus über Deutschland weht, wird der Truppenübungsplatz Königsbrück massiv ausgebaut. Und nicht nur für militärische Zwecke genutzt. Sogar ein Schwimmbad wird in den Wald zementiert, in dem deutsche Sportler für internationale Wettkämpfe trainieren. Bis heute ist die Anlage fast noch in ihrem Originalzustand. Und bis vor 30 Jahren war sie auch noch mit Wasser gefüllt und voll in Betrieb. Von 1945 bis 1994 ist die Königsbrücker Heide für zehntausende Sowjetsoldaten die zweite Heimat. Eine Zeit, die sie nie vergessen werden. Noch heute kehren jährlich viele von ihnen hierher zurück, so wie Igor Komilzev und Wladimir Vasiljev. Sie kamen Mitte der 80er Jahre in die DDR. Nach den Diensterfahrungen in Russland wurde Königsbrück für beide das Paradies. Hier waren die Bedingungen einfach viel besser. Es gab ein besseres Gehalt, sowohl für die Offiziere als auch die Soldaten. Ein weiteres Plus waren natürlich die vollen Geschäfte. Deshalb wollten alle Soldaten und Offiziere hierher. Alle wollten hier dienen. Alle wollten hierher kommen. Alle wollten hier служen. Seltene Filmaufnahmen aus dem Dienstalltag von Igor Komilzev in Königsbrück. Ähnlich wie in Sibirien ist auch hier die Ausbildung extrem hart. Die Hantel, die hier geschwungen wird, wiegt 32 Kilo. Eine der wichtigsten Aufgaben der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, später der Westgruppe, war die Gefechtsbereitschaft. Die Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte war wahrscheinlich eine der am besten ausgerüsteten und schlagkräftigsten Armeen überhaupt. So etwas wird es wahrscheinlich auch zukünftig nicht mehr geben. Alles war ausgerichtet auf die Gefechtsbereitschaft. Igor Komilzev ist Kommandant beim 40. Garde-Panzerregiment. Noch vor 30 Jahren ist er so fast täglich in der Königsbrücke Heide unterwegs. In einem 40 Tonnen schweren T-62. Originalaufnahmen von einer Übung im scharfen Schuss. Königsbrück gehört zu den größten Stationierungsgebieten der Sowjetarmee in der DDR. Auch Großmanöver des Warschauer Paktes werden auf dem Gelände durchgeführt, so wie hier 1980 mit über 30.000 Soldaten. Zu den geheimsten Verbänden in Königsbrück zählt die 119. Raketenbrigade. Ihr Waffenarsenal besteht aus atomaren Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von über 900 Kilometern. Damit gehört der Truppenübungsplatz zu den heißesten Armeestandorten im Kalten Krieg. Es gibt eigentlich nichts, was es hier nicht gibt. Selbst der Abwurf von Panzern aus Flugzeugen gehört zum Übungsrepertoire. Eine Luftlandeübung von sowjetischen Elite-Soldaten 1986 in Königsbrück. An militärischer Härte gibt es damals kaum etwas Vergleichbares. Stolz auf ihren Dienst sind sie noch heute. In Russland haben Igor und Wladimir nach altem Muster die Tafeln ihrer Dienstgebäude nachgefertigt und nach Königsbrück mitgebracht. Vor allem hier am Stabsgebäude kommen viele Erinnerungen hoch. Für Igor und Wladimir ist die Spurensuche jedoch mehr als Eigennutz. Sie teilen ihre Erlebnisse mit tausenden ehemaligen Sowjetsoldaten in Russland. Nicht alle Leute, die hier gedient haben, können heute auch wieder hierher kommen. Es ist sehr weit von Russland nach Deutschland zu fahren. Es gibt große Probleme mit dem Visum und viele haben auch nicht das nötige Geld dafür. Deshalb präsentieren wir unsere Erlebnisse und Aktionen im Internet. Und das stößt heute in Russland auf großes Interesse. Schätzungsweise eine halbe Million Soldaten waren in 40 Jahren DDR-Zeit hier stationiert. Die Menschen in und um Königsbrück bekamen jedoch davon kaum etwas mit und wussten auch nicht, was hier genau passiert. Denn das Gelände war hermetisch abgeriegelt. Wir haben in der letzten Zeit manchmal nicht gewusst, sind hier Düsenjäger auf dem Platz oder sind das irgendwelche Fahrzeuge. Wir wussten ja nicht am Anfang, dass das Turbinenpanzer sind. Eine ganz neue Art von Panzern. Panzerantrieb, Turbinenantriebe hatten die. Und die hatten unheimliche Geschwindigkeiten dadurch drauf. Außer Lärm und Staub dringt damals kaum etwas nach außen. Fast 40 Jahre bleiben die Sowjetsoldaten eine nahezu unsichtbare Armee. Nur einmal zeigt sich die militärische Supermacht in ihrer ganzen Größe. Und das nicht irgendwo, sondern mitten in Dresden. Im September 1963, nach dem Großmanöverquartett, marschiert die Sowjetarmee im Zentrum der Elbestadt auf. Das DDR-Fernsehen überträgt sogar live in seinem Programm. Unsere Kameras überschauen den Altmarkt, die gesamte Thälmannstraße, vom Pirnaschen Platz bis zum Postplatz. Und die Begeisterung, die in der Elbestadt herrscht, lässt sich nur dadurch in etwa wiedergeben, neben diesen Bildern, dass wir sagen, seit Stunden schon stehen die Dresdner an der Straße. Nach der Parade verschwindet die Sowjetarmee wieder in ihr Schattenreich nach Königsbrück. Und 30 Jahre später taucht sie ganz ab, still und leise, fast über Nacht. Das hat ja gar keiner richtig gemerkt von uns, von der Bevölkerung, wie die hier fort sind. Also das ist in eine logistische Masterleistung gewesen. 35.000 Mann etwa mit aller Technik fortzubringen, ohne dass das groß bemerkt wird. Bei uns waren gleich die Offiziersblöcke, direkt hinter uns. Die haben die Leute vom Armbrittisch weggeholt. Messergabel, alles, Essenhafen. So haben die die wahrscheinlich prekass, raus, fort, um zehn, Start des Zuges, so ungefähr. So haben die die DDR verlassen. Im Mai 1994 ziehen die letzten Sowjetsoldaten ab. Damit endet die 100-jährige militärische Ära der Königsbrücker Heide. Was bleibt, mutet an wie nach der letzten Eiszeit, vor 10.000 Jahren. 80 Prozent des Platzes sind ein waldfreies Nichts. Das Betreten der Heide bleibt aber auch nach dem Abzug der Sowjetarmee verboten. Denn das gesamte Gelände ist hochgradig mit Kampfmitteln verseucht. Es gibt kaum einen Winkel, in dem nicht Granaten, Bomben oder Panzerteile gefunden und geborgen werden müssen. Ab 1994 beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten. Dabei stoßen die Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes und der Forstverwaltung immer wieder auf Außergewöhnliches. So wie diese, in Deutschland vermutlich einmalige Konstruktion russischer Bauart. Im Hintergrund kann man es sehen, es ist eine Konstruktion, die eine Brücke sein soll, militärisch genutzt, nämlich Betonteile, Stahlteile. Und das macht das Besondere hier aus an diesem Bauwerk aus gerollten Panzerkettengliedern. Entstanden ist die Panzerkettenbrücke in den 60er Jahren und war Teil einer Art Panzerautobahn durch die Königsbrücke Heide. Sie besteht nur aus einfachen Betonsegmenten und unzähligen Panzerketten. Sie geben der Brücke, die über die Pulsnitz führt, die nötige Stabilität. Schätzungsweise 180 Tonnen Stahl sind hier in einfachster Weise verbaut worden und waren über 30 Jahre bei höchster Beanspruchung voll funktionstüchtig. Doch die Naturgewalten der letzten Jahre haben die Brücke ins Wanken gebracht. Dieses Bauwerk ist nun durch die verschiedenen Hochwässer sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Man hält es nicht für möglich, diese Panzerkettenglieder, Tonne, wandert Stück um Stück nach innen und wird zunehmend zur Gefahr für das hier fließende Gewässer, die Pulsnitz. Denn die baufällige Brücke kann Hochwasser gefährlich verstärken. Deshalb wird sie abgerissen, auch wenn sie ein architektonisches Unikat war. Doch das betrifft nicht nur die alte Panzerkettenbrücke. Auch viele Gebäude, die noch zu Kaiserszeiten entstanden, sind verschwunden. Eines der letzten großen Bauwerke ist das alte Offizierscasino, gebaut 1908. Igor und Wladimir kennen es noch in seinem alten Glanz, mit großem Tanzsaal, Restaurant und Bar. Hier ist der große, ehrwürdige Saal. Hier war das Kino drin und hier fanden auch Diskotheken statt, in diesem Saal. Wir hatten hier drin aber auch Versammlungen und Konzerte. 80 Jahre ist das Offizierscasino das kulturelle Zentrum des Truppenübungsplatzes. Igor erkennt es kaum noch wieder. Wenn ich mich noch recht erinnere, war hier auch das Ehrenmuseum der Armee untergebracht. Aufgrund seines Zustandes sollte 2016 das Gebäude abgerissen werden. Doch dazu kommt es nicht. Heute sieht es wieder so aus. Fast wie damals. Denn Wolfgang Hausdorf hat sich in das Gebäude verliebt. Dabei sollte er es eigentlich abreißen. Kurz bevor das eigentlich abgerissen werden sollte, bin ich mit dem Projektanten nochmal hier durchgegangen und habe mir das Gebäude angeguckt. Weil wir es beteiligt haben bei dem Abriss mit, als Firma. Und da ist mir das dann aufgefallen, dass man eigentlich so Gebäude nie wegreißen kann. Es kommt nie wieder. Und naja, es ist dann Stück für Stück losgegangen mit vielen Mienen. Es ist eine Mammutaufgabe. Über 2000 Quadratmeter Nutzfläche hat das alte Offizierscasino. Und sogar eine eigene Klimaanlage aus Kaisers Zeiten, die noch heute funktioniert. Diese Kanäle, das Abluftsystem, geht in den großen Schachtturm rein und wird oben automatisch abgeführt. Und in den Schacht drin ist die Vorrichtung für den Kronleuchter. Dann konnte man den Kronleuchter absenken und zum Saubermachen. Und wenn man eine Birne oder irgendwas gebaut hat, hat man dann abgelassen im Saal, hat dann eine Ordnung gebracht und dann hat man wieder hochgezogen. Die Vorrichtung gibt es noch, aber der Kronleuchter ist leider weg. Auch der soll bald ersetzt werden. Doch gefeiert wird in den Sälen unter dem Dachboden schon heute, auch wenn noch längst nicht alles fertig ist. Denn Wolfgang Hausdorf versucht auch die vielen historischen Details zu erhalten. Selbst die über 100-jährige Lichtanlage ist geblieben. Und aus modrigen Kellerräumen ist ein uriger Clubraum entstanden. Später soll es neben Museum, Bar und Tanzsaal auch noch Übernachtungsmöglichkeiten geben. Doch nicht nur im alten Offizierscasino ist nach dem Abzug der Sowjetarmee wieder das Leben in die Königsbrücke Heide zurückgekehrt. Vom nahegelegenen Flugplatz Kamenz aus startet 2019 der Wildbiologe Ulrich Franke zu einem ganz besonderen Forschungsprojekt. Er soll herausfinden, wie sich die Tierwelt in der Königsbrücke Heide in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. An Bord der Maschine hat Ulrich Franke dazu zwei Kamerasysteme eingebaut. Eine hochauflösende Spezialkamera und eine Infrarotkamera, die per Wärmebildsensoren die Tiere am Boden erkennen kann. Wir haben jetzt hier den Wärmebildfilm laufen, da läuft die Wärmebildkamera durch als Film und die detektiert im Prinzip Temperaturunterschiede. In dem Fall ist es eine radiometrische Kamera sogar, die misst auch Temperaturen. Und so finden wir dann die Tiere im Prinzip als rote Flecks in Anführungszeichen. Und in Zusammenhang mit dem visuellen Bild können wir dann sagen, okay, das ist ein Stück Rotwild oder auch was anderes. Hat die Wärmebildkamera am Bauch des Flugzeuges ein Tier als roten Punkt erfasst, legt Ulrich Franke die Bilder der Spezialkamera darüber. Damit kann er feststellen, um welche Tierart es sich handelt. Hier schläft ein Wildschwein im dichten Schilf. Ja, wir haben eigentlich auf die Tiere keine Störung, das ist das Spannende auch. Also man hat tatsächlich mal so, dass auch mal Rotwild hochschaut und mal guckt, aber wir haben keinerlei Flucht von den Tieren. Das ist das sehr Positive an der Methode auch. Wir fliegen ja auch relativ hoch im Vergleich, also noch so etwa 400 Meter über Grund. Trotzdem lässt sich so nahezu jedes Tier am Boden orten. Im Fokus steht diesmal das Rotwild und davon gibt es in der Königsbrücke Heide reichlich. Im Vergleich zu anderen Rotwildgebieten lebt hier etwa das Zehnfache an Tieren. Dabei war es noch vor 30 Jahren, nach dem Abzug des Militärs, nahezu ausgerottet. Aber wie schnell das gegangen ist, hat alle beeindruckt. Wenn ich mir heute Bilder anschaue von der Wettinhöhe, dort wo heute der Turm steht, freie Landschaft zur Königshöhe, guckst über die Pfützen, alles frei und heute stehst du dort mitten im Wald. Das ist schon, das ist beeindruckend. Obwohl zu Beginn der 90er Jahre die Begehrlichkeiten groß sind und bereits Pläne für eine wirtschaftliche Nutzung der Heide als Industriegebiet oder Flugplatz vorliegen, setzen sich die Naturschütze durch. Vor allem aufgrund der enormen Munitionsbelastung. Fünf Millionen Stück Kampfmittel und tausende Tonnen Schrott wurden bis heute hier entsorgt. Doch das ist eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Die ungeheure Menge sprengt jeden finanziellen Rahmen und macht eine vollständige Beräumung der Königsbrücke Heide unmöglich. Weite Teile des Platzes werden deshalb Kampfmittel belastet bleiben. Die Natur stört das nicht. Mehr als 60 Tierarten, die in Sachsen als ausgestorben oder vom Aussterben bedroht eingestuft sind, ließen sich bereits kurz nach dem Abzug der Sowjetarmee finden, so wie der Wiedehopf. Er braucht genau diese offenen Heideflächen, um im Boden nach Nahrung zu stochern. Und in den gesprengten Bunkern des Truppenübungsplatzes finden die Vögel optimale Brutmöglichkeiten. Mittlerweile zählt die Königsbrücker Heide zu einem ihrer größten Vorkommen in Deutschland. 1996 erklärt der Freistaat Sachsen die Königsbrücker Heide zum Naturschutzgebiet. Ab 2021 soll sie das erste international anerkannte Wildnisgebiet in Deutschland werden. Wie kaum anderswo kann sich hier die Natur noch auf großer Fläche frei entwickeln und völlig ungezähmt austoben. Egal, was passiert. Naturgewalten werden in der Königsbrücke Heide nicht gebremst. Wo sonst Deiche das Wasser in rechte Bahnen lenken, wird den Elementen hier freier Lauf gelassen. Innerhalb von Stunden kann sich so die Trockene Heide in eine nasse Auenlandschaft verwandeln. In Sachsen sind solche Wildwasserbereiche einmalig. Und nicht nur das. Der wiederkehrende Wechsel von trocken zu nass zaubert sogar einzigartige Lebewesen hervor. Der Urzeitkrebs Triops, der dreiäugige, ist eine der ältesten Tierarten der Erde. Über 200 Millionen Jahre alt. Nur in Kleinstgewässern, die bei Hitze austrocknen und sich bei Regen schnell mit Wasser füllen, können sie überleben. Ihre Eier überdauern jedoch Jahrzehnte im trockenen Sandboden. So lange, bis die nächste Überschwemmung kommt. Und die ist hier nicht nur an Regen gebunden. Elbelbiber sind die Landschaftsarchitekten der Königsbrücke Heide. Mit Wasser, Holz und Schlamm stauen sie Gewässer an und bringen Dynamik in den noch jungen Wald. Keine andere Tierart kann Landschaften so stark umbauen wie sie. Dabei waren auch die Biber hier schon fast ausgerottet. Nur wenige haben die Militärzeit überlebt. Mittlerweile hat sich ihr Bestand fast verzehnfacht. Doch das könnte sich bald ändern. Um die Entwicklung der Tierarten zu erfassen, hat Dirk Sinatschke in der Königsbrücke Heide Fotofallen installiert. 2010 macht er dabei eine Entdeckung, die den Bestand der Biber stark beeinflussen könnte. Ich gebe ehrlich zu, wo wir die ersten Analysen bekommen haben vom Senckenberg Museum. Der Schreck saß uns ganz schön in den Gliedern. Als wir da gelesen haben, sieben Prozent der Wolfsnamen steht aus Biber. Ich sagte, oh, jetzt räumen die sich gegenseitig ab. Doch zur Wildnis gehört auch, dass man das akzeptiert. Schnell lernen die Neuankömmlinge, dass Biber in der Königsbrücker Heide eine leichtere Beute als Wildschweine und Rehe sind. Denn um an Nahrung zu kommen, müssen viele Biber hier weite Wege auf sich nehmen. Pflanzen und Bäume sind oftmals weit entfernt von ihren Knüppelburgen. Nur Biber, die nah am Wasser wohnen, können sich jetzt noch sicher fühlen. Das zeigen Studien, die in den letzten Jahren die Königsbrücker Naturschützer in Auftrag gaben. Einfaches Beispiel. In der ersten Studie stand drin, dass die Wege, die der Biber bis zu seinem zu fällenden Baum zurücklegt, unter Umständen bis 600 Meter sein können. Bei einer Studie sechs, sieben Jahre später, wo die Wölfe schon da waren, waren es noch etwas über 100 Meter. Drückt also aus, diejenigen, die zu lange auf Land unterwegs waren, haben sich die Wölfe zuerst gegriffen. Der Biber hat zwar 250 Kilo Beißkraft, ist damit wehrhaft gegen den Wolf, aber auf dem Land nützt ihm das alles nicht so richtig. Aber dafür hilft das dem Jungen noch aufkommenden Wald. Denn zu viele Biber würden auch zu viele Bäume fressen. Die Wölfe halten die Biber in Schach. Genau diese natürlichen Regulationsmechanismen kommen nun wieder in Gang. Und damit nimmt die Vision einer Wildnis mitten in Deutschland konkrete Gestalt an. Die Natur Natur sein lassen. Der Mensch schaut lediglich zu. 30 Jahre nach dem Abzug des Militärs zeigt die Königsbrücke Heider Naturschutz auf Spitzenniveau. In den klaren Gewässern baden wieder Fischotter. Daneben versucht der Seeadler, sein Abendbrot zu angeln. Und auf den Sandpisten der alten Panzerstraßen jagen Wölfe ihrer Beute hinterher. Oder schauen auch einfach mal nur zu. So wie diese Wolfswelpe. Wir finden das ganz toll hier, was hier entstanden ist in dem Gebiet. Und so nah bei Dresden. Viele kennen es gar nicht und wissen gar nicht, was hier oben passiert ist. Unter Touristen gilt die Königsbrücker Heide noch immer als Geheimtipp. Dabei besticht sie nicht nur durch ihre Größe. Gegenüber anderen Heidelandschaften in Deutschland ist sie auch bedeutend artenreicher und damit viel bunter strukturiert. Denn hier gibt es nicht nur Sand, sondern vor allem auch reichhaltige Feuchtgebiete. Auf mehr als 50 Kilometer Länge bringen es kleine Flüsse, Bäche und Quälmoore. Die wahren Lebensadern der Königsbrücker Heide. In den Sommermonaten sind es riesige Konzertsäle für Laubfrösche und Rotbauchunken. Im Herbst verwandeln sie sich in nahrungsreiche Tankstellen für tausende Zugvögel auf ihren weiten interkontinentalen Wegen. So wie für diese Rauchschwalben. Eine Besonderheit der Königsbrücker Heide ist das enge Nebeneinander von extrem nassen zu extrem trockenen Standorten. Wo sie zusammenstoßen, entstehen auf meist nur 50 Meter breiten Korridoren äußerst artenreiche Lebensräume. Grenzlinien-Effekt nennen es Fachleute. Für Besucher der Heide ist es pure Faszination. Füchse, Biber, Hasen und Eisvögel kann man hier bei etwas Glück von einer Stelle aus beobachten. Wo gibt es das sonst noch in Deutschland? Raum und Zeit bekommen hier eine völlig neue Dimension. Voraussichtlich in 300 Jahren wird sich hier ein Naturwald aus riesigen Eichen erstrecken. Millionen von Pionierbäumen aus Birken bahnen ihnen den Weg dahin. Damit ist die erste Etappe zu einer grenzenlosen Wildnis mitten in Deutschland in der Königsbrücker Heide absolviert. MDR 2021 MDR 2021 Untertitelung des ZDF, 2020